Rentenhammer. Die Energiepreispauschale für Millionen Rentner ist in Kraft getreten. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten ja ganz, ganz viele Videos zum Thema Energiepreispauschale für Rentner gedreht und auch unserer FAQs dazu im Internet auf der Renten, auf der Internetseite von Rentenbescheid24.de veröffentlicht. Heute ist es soweit. Heute ist der 1.12.2022 die Energiepreispauschale für Rentner startet. Das Gesetz für Renten- und Versorgungsbezieher und Änderungen im Übergangsbereich, kurz RENT-EPBG, ist heute zum 1.12.2022 in Kraft getreten. Bis zum 15.12.2022 werden rund 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland 300 Euro von den Zahlstellen der gesetzlichen Rentenversicherung ausgezahlt bekommen. Voraussetzung für diesen Auszahlungsanspruch ist, dass genau heute, am heutigen Tag, am 1.12.2022, Sie alle einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben. Das kann eine Altersrente sein, das kann eine EM-Rente sein oder auch eine hinterbliebenen Rente. Auch Waisenrenten sind davon umfasst. Das ist die erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung ist, Sie müssen definitiv Ihren dauerhaften Wohnsitz oder Aufenthalt hier in Deutschland haben und in Deutschland der unbeschränkten Besteuerung unterliegen. Wenn alle diese drei Voraussetzungen erfüllt sind, bekommen Sie ohne großes Federlesen die 300 Euro ausgezahlt. So hat es die Bundesregierung und auch die deutsche Rentenversicherung angekündigt. Sie werden die 300 Euro Energiepreispauschale in der nächsten Steuererklärung zu versteuern haben, wenn Sie denn verpflichtet sind, eine Steuererklärung für das Jahr 2022 abzugeben. Dazu hatte ich aber auch schon mal was gesagt. Also ich finde, heute ist ein großer Tag. Heute ist ein guter Tag auch zur Freude. Viele Millionen Rentnerinnen und Rentner werden entlastet. Und heute wird sogar die sogenannte Soforthilfe der Bundesregierung in Kraft treten. Das heißt also, Abschlagszahlungen auf Gas und Fernwärme entfallen für den Monat Dezember. Also was will man mehr? Die 300 Euro werden kommen. Viele Millionen Rentnerinnen und Rentner werden sie erhalten. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir wünschen Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.